Ich hatte vor ein paar Jahren mal eine Unterhaltung mit einer Schülerin, sechste Klasse. Es ging um Religionen und sie meinte, sie glaube an Thor. Ja, an den. Ich meinte dann sinngemäß, das sei zwar ganz originell, aber so richtig ernst nehmen, könne ich das leider nicht, was ihr wiederum nicht gefallen hat. Sie fühlte sich in ihrem Glauben nicht ernst genommen bzw. respektiert und das wohl zu Recht. Zum Glück hat sie mir das aber wohl auf Dauer nicht übel genommen. Zwischen Fremden können sich Meinungsverschiedenheiten über Glaubens- und Religionsfragen aber bekanntlich auch ganz anders entwickeln. Bis hin zu Juden- und Islamfeindlichkeit und islamistischem Terrorismus. Und auch wenn solche Probleme nicht nur religiöse Ursachen haben, das Nichtwissen und Vorurteile über andere Religionen spielen bei solchen Phänomenen zumindest immer auch eine Rolle. Und das Gleiche gilt für Irritationen im alltäglichen Zusammenleben. Etwa bei Essgewohnheiten oder bei dem, was jemand an Kleidung so anhat. Was kann man da machen? Blöd gucken ist eine Möglichkeit. Zu sagen, ich weiß schon alles über die, was ich wissen muss. Die sind komisch. Oder dumm. Oder böse Ungläubige. Das ist eine andere Möglichkeit. Hilfreich ist sowas beides nicht. Stattdessen aber erst mal offen sein und Interesse daran zeigen, was der andere für eine religiöse Sicht auf die Dinge hat, ist meist sinnvoller. Offenheit und Interesse zeigen heißt aber dann übrigens nicht, dass man jede Religion und vor allem jede Variante bestimmter Religionen gleich gut finden muss. Wer das glaubt, kennt nicht allzu viele Strömungen, in die sich Religionen meist aufteilen. Da muss man nur mal in Texas mit Christen gesprochen haben. Und dann in New York. Oder mit Muslimen in Marokko und in Istanbul. Es gibt nicht den Christen oder den Moslem oder den Juden. Die sind unterschiedlich. Zum Beispiel in Bezug darauf, wie demokratisch sie sind oder ganz allgemein, wie sie zu den Menschenrechten stehen. Dazu gleich mehr. Deshalb sollte man seinem Gegenüber erst mal die richtigen Fragen stellen, um ihn halbwegs richtig einschätzen zu können und dann erst sein Urteil über ihn sprechen. Wie man das macht und wonach man fragen sollte, ist aber gar nicht so einfach. Deshalb hier und jetzt die Top 7 Fragen zum Thema Religion. Los geht's! Die meisten Religionen bestehen aus sieben Bestandteilen. Und nach denen sollte man fragen. Sie bestehen aus einem Glauben an Übernatürliches, aus religiösen Normen, also was man tun und nicht tun sollte, aus Welterklärungserzählungen, zum Beispiel, wo kommen wir Menschen eigentlich her, aus Riten, also bestimmten Verhaltensweisen, die etwas Besonderes zum Ausdruck bringen, zum Beispiel beten oder heiraten. Religionen haben meist etwas, was ihnen heilig ist. Bestimmte Orte, Bücher, Gegenstände, Symbole, etwa das Kreuz oder der Koran. Für Religionen sind oft bestimmte Personen wichtig, zum Beispiel Luther, Mohammed, Buddha oder der Papst. Und Religionen sind meistens auch irgendwie organisiert, wie etwa die katholische Kirche. Nicht alle Religionen der Welt bestehen aus genau diesen sieben Bestandteilen. Es gibt ja tausende von Religionen, aber zumindest die großen Weltreligionen. Und an zwei von denen, nämlich am Christentum und am Islam, möchte ich jetzt veranschaulichen, worum es dabei jeweils geht, wonach genau man da also fragen sollte. Christentum und Islam, weil die zahlenmäßig einfach die größten Religionsgemeinschaften in Deutschland sind und voneinander nicht viel wissen, stelle ich immer wieder fest, wenn ich meine Schüler befrage. Fangen wir mit dem an, was den meisten Menschen als erstes einfällt, wenn sie an Religion denken. Wer religiös ist, der glaubt daran, dass etwas Übernatürliches existiert. Etwas Überirdisches oder Übersinnliches. Eine Transzendenz, sagen Theologen. Und dass man darüber etwas ziemlich Konkretes sagen kann. Das sind alles schwierige Begriffe zur ersten Annäherung. Übernatürlich meint etwas, dessen Existenz und Eigenschaften durch die modernen Naturwissenschaften, also durch kontrollierte Experimente und Beobachtungen, grundsätzlich nicht bewiesen oder widerlegt werden können. Das nennt man das Falsifikationsprinzip. Das in Europa und dem Nahen Osten bekannteste Beispiel für so etwas Übernatürliches ist der Glaube, es gebe ein allmächtiges, allwissendes und moralisch perfektes Wesen. Und dieses Wesen interessiert sich für jeden von uns und hat für jeden von uns einen Plan, wie wir unser Leben leben sollen. Christen nennen dieses Wesen Gott oder Jesus, Muslime Allah, was übersetzt auch nur Gott bedeutet. Andere Religionen haben andere Götter. Manche wie Christen und Muslime und Juden nur einen. Manche mehrere Hindus zum Beispiel haben Millionen. Manche dieser Götter interessieren sich für uns Menschen, manche nicht. Der Glaube an Übernatürliches kann sich aber auch auf eine unsterbliche Seele beziehen und auf übernatürliche Orte wie das Paradies für die Gläubigen und die Hölle für die Sünder. Ich habe in der fünften Klasse mal einen Schüler gefragt, was er über die Hölle wisse, weil er meinte, da würde er sich gut mit auskennen. Und er sagte, die sei zehnmal so heiß wie eine Herdplatte. Ich habe ihn dann gefragt, woher er das weiß? Und er meinte, das habe ihm sein Rallye-Lehrer erzählt. Spannende Sache. Und von Geistern, Dämonen und Exorzisten will ich erst gar nicht anfangen. Auch spannend ist die Moral einer Religion. Darum geht es bei der zweiten Frage. Wie sind denn die Normen deines Glaubens? Mit Normen sind Handlungsvorschriften gemeint, also was man tun oder lassen sollte. Und die müssen einen Bezug zum Übernatürlichen haben. Sonst sind es keine religiösen Vorschriften. Zum Beispiel in der Art von, tu das, weil Gott das so will. Oder tu das, diese Regel ist Teil einer übersinnlichen guten Weltordnung. Beispiele, die zehn Gebote, die Moses auf dem Berg Sinai direkt von Gott mitgeteilt bekam. Oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Oder die fünf Säulen des Islam. Zum Beispiel das Fasten im Monat Ramadan. Oder das Spenden an die Armen. Das hat Mohammed gesagt und dem wiederum hat es vorher Allah mitgeteilt. Im Alltag findet man religiöse Normen oft auch in Form bestimmter Speisevorschriften. Also was man wie und wann essen sollte und was nicht. Kein Alkohol und kein Schweinefleisch zum Beispiel im Islam. Und Katholiken essen traditionell Freitags Fisch. Im Alltag sichtbar sind auch religiöse Kleidungsvorschriften. Etwa die Norm, dass Muslime ein Kopftuch tragen sollten, wenn sie erwachsen werden. Zu religiösen Normen zählen aber auch zum Beispiel Strafen für die, die sich an bestimmte religiöse Normen eben nicht gehalten haben. Im Islam werden diese Strafen traditionell in der Scharia, also im traditionellen islamischen Recht dokumentiert. Und das zweite Buch des Alten Testaments, also erster Teil der Bibel, Levitikus heißt das, enthält auch allerlei solcher Rechtsbestimmungen. Schwul sein zum Beispiel oder als Ehefrau seinem Mann nicht gehorchen. Das verstößt da gegen religiöse Normen und wird bestraft. Und gegen Ehebruch war im Alten Testament eine öffentliche Hinrichtung in Form einer Steinigung das Mittel der Wahl. Im Alten Testament, äh Quatsch, im Neuen Testament wiederum, das ist der zweite Teil der Bibel, wo es vor allem um Jesus geht, gibt es zum Thema Ehebruch interessanterweise eine andere Norm. Da wird eine Ehebrecherin zu Jesus gebracht und er wird gefragt, ob sie gesteinigt werden solle. Und Jesus antwortet zu den Anklägern, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und daraufhin verlassen die Ankläger der Frau wohl mit gesenkten Köpfen den Platz. Und Jesus sagt zu der Frau, ich verurteile dich auch nicht, gehe und sündige hinfort nicht mehr. Luther-Übersetzung der Bibel. Man sieht, religiöse Normen können sich, und das ist ganz wichtig, im Laufe der Zeit ändern und ändern sich auch. Und deshalb werden in den meisten muslimischen Staaten auch Ehebrecher und Ehebrecherinnen nicht mehr gesteinigt, obwohl das früher da auch die Regel war. Und in manchen Staaten kommt das gelegentlich, aber leider auch immer noch vor, zum Beispiel in Afghanistan. Die wichtige Frage oder vielleicht die wichtigste, die du jemandem im Zusammenhang mit religiösen Normen stellen kannst, ist also deshalb vielleicht die, wie hältst du es mit den Menschenrechten? Oder alternativ kannst du auch fragen, wie hält es dein Gott mit den Menschenrechten? Das ist natürlich ein schwieriges Thema, da braucht man viel Fingerspitzengefühl für. Welterklärungsgeschichten. Welterklärungsgeschichten geben Antworten auf die großen Fragen, die sich fast jeder irgendwann mal stellt. Man schaut in den Nachthimmel und fragt sich, wow, wie ist denn die Welt überhaupt entstanden? Und wo kommen wir Menschen her? Und was passiert in der Zukunft oder nach dem Tode? Viele Religionen erzählen bestimmte Geschichten, die auf solche Fragen, allgemein auf Fragen nach dem Sinn des Lebens, eine Antwort geben. Die Bibel zum Beispiel beginnt mit so einem Narrativ, wie man heute auch sagt, mit der Schöpfungsgeschichte im Buch Moses, Genesis. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. So beginnt die Welt traditionell aus christlicher Sicht. Traditionell meint dabei, dass die meisten Christen das heute nicht mehr so für wörtlich richtig halten. Die verstehen das eher wie eine Fabel. Deren eigentliche Bedeutung muss man sich durch richtiges Nachdenken erst erschließen. Sonst versteht man das falsch. Fundamentalisten verstehen allerdings die Bibel tatsächlich so wie früher mehr oder weniger wörtlich. Christen sind nicht gleich Christen. Die Welterzählungsgeschichten der Bibel und des Korans enden dann übrigens damit, dass Jesus beziehungsweise Allah alle richtet, die Lebenden und die Toten, indem er sie ins Paradies schickt oder in die Hölle. Man sieht, dass die Welterklärungserzählungen vieler Religionen letztendliche Gerechtigkeit versprechen und auch Trost, wenn einem etwas Schreckliches widerfährt im Leben. Am Ende werden die Guten belohnt, die Bösen werden bestraft. Ein Ritus ist eine nach Vorschriften festgelegte Abfolge von Handlungen. Oft eine, die man immer wieder macht und die einen Bezug hat zum Übernatürlichen. Bei den Christen zum Beispiel ist so ein Ritus vor dem Essen kurz zu beten und dabei Gott zu danken für das Essen, das er einem beschert hat. Daran sieht man, dass Riten die Funktion haben, etwas Religionsbezogenes zum Ausdruck zu bringen. Das Dankgebet beim Essen eben die Dankbarkeit Gott gegenüber für das Essen. Oder man zieht als Moslem die Schuhe aus und wäscht sich in einer bestimmten Form, bevor man den Gebetsraum einer Moschee betritt. Dahin drückt man unter anderem seinen Respekt aus gegenüber Allah. Es gibt aber auch religiöse Riten, an denen man eher selten teilnimmt. Hochzeiten zum Beispiel oder Beerdigungen. Die Riten der eigenen Religion kommen einem dabei meist wie ganz normale Handlungen vor, weil die kennt man ja. Die Riten anderer Religionen wirken auf einen dagegen oft erst mal wie merkwürdige Theateraufführungen. Die Leute bewegen sich und reden seltsam und haben komische Sachen an und hantieren mit merkwürdigen Gegenständen rum. Die Christen zum Beispiel Essen als Höhepunkt ihrer religiösen Zusammenkünfte das Fleisch ihres Gottes und trinken sein Blut. Hat man mir mal auf dem Lande in Indonesien erzählt. Ich habe dann versucht klarzumachen, dass das symbolisch gemeint sei und man damit zum Ausdruck bringen wollte, dass sich Jesus für uns Menschen geopfert habe und das Ganze auf eine Geschichte aus der Bibel zurückgeht, auf das letzte Abendmahl. Da habe Jesus Brot gebrochen und zu seinen Schülern gesagt, Dies ist mein Leib und so weiter. Geholfen hat das wenig, fürchte ich. Aber es zeigt, dass Rituale manchmal wirklich schwer zu verstehen sind und viel mit Traditionen zusammenhängen, wie nicht-religiöse Rituale, zum Beispiel das westliche Händeschütteln, übrigens auch. Lohnt sich trotzdem auch da nachzufragen, was machst du da eigentlich und was bedeutet das? Gleiches gilt auch für Gegenstände, Symbole und Orte, die in bestimmten Religionen eine besondere Bedeutung haben. Man spricht dann von heiligen Gegenständen, Orten oder Symbolen. Auch die sind ein wichtiger Bestandteil von Religionen. Der Gegenbegriff zu heilig ist übrigens profan. Was ist mit heilig gemeint? Wiesbaden etwa, wo ich wohne, ist zwar eine hübsche Stadt, meines Wissens aber ein profaner Ort, denn hier ist religiös nichts Besonderes passiert und passiert wohl auch nichts. In Jerusalem aber schon, da wurde aus christlicher Sicht nämlich Jesus gekreuzigt und Mohammed ist von da aus auf einem fliegenden Pferd in den Himmel aufgestiegen. Unter anderem, das macht diese Stadt für Christen und Muslime besonders wichtig und natürlich auch für Juden, aber aus anderen Gründen. Gleiches gilt für bestimmte Gegenstände. Das Telefonbuch zum Beispiel ist profan. Das kann man unbesorgt dazu verwenden, den Kamin anzuzünden. Mit dem Koran sollte man das besser nicht machen, denn für Muslime ist der Koran das heilige Buch, in dem sich Allah uns offenbart hat, wie sich Gott für Christen in der Bibel offenbart hat. Oder noch ein anderes Beispiel, weil Jesus aus Sicht der Christen an einem Kreuz gestorben ist und das für uns Menschen, damit wir in den Himmel kommen können, ist das Kreuz für Christen nicht einfach nur ein Kreuz, sondern ein religiöses Symbol dafür, dass es Gott gut mit uns meint und unser Leiden verstehen kann. Oder kennt ihr dieses Symbol? Das sind Halbmond und Stern. Im 19. Jahrhundert die Flagge des Osmanischen Reiches. Das war das Reich, das die Türken im Nahen Osten errichtet hatten. Inzwischen ist es zum einen die türkische Nationalflagge und ziert zum anderen viele osmanische Moscheen und steht für den Islam insgesamt. Ein weiterer wichtiger und der vorletzte Aspekt von Religionen, die wir hier behandeln, sind besondere Personen. Auch nach denen kann man fragen. Diese Personen sind im Gegensatz zu Gott zum Beispiel historische Menschen. also welche, die es aus Sicht von Nichtgläubigen wahrscheinlich tatsächlich gegeben hat und die aus Sicht einer Religion etwas besonders Wichtiges getan haben. Dazu zählen insbesondere Religionsstifter, also Personen, die eine Religion sozusagen gegründet haben oder zumindest sehr Wichtiges dazu gesagt haben, was man als Gläubiger so denken, fühlen oder tun sollte. Etwa Mohammed, der als letzter und wichtigster Prophet des Islam gilt. Propheten sind Menschen, die sozusagen einen besonderen Draht haben zu Gott, durch die Gott spricht, die seine Worte deuten können und uns ermahnen und die manchmal zum Beispiel auch die Zukunft voraussagen können. Und Mohammed ist aus Sicht der Muslime eben ein solcher Prophet und zwar der Letzte. Mohammed hat also bei religiösen Fragen sozusagen das letzte Wort. Und Gläubige erwarten oft auch von Andersgläubigen einen gewissen Respekt gegenüber Personen, die sie für besonders wichtig und ehrenwert halten. Sich über die zum Beispiel lustig zu machen ist dann zwar in Deutschland nicht verboten, hier herrscht ja Meinungsfreiheit, aber man sollte eben wissen, dass man damit manche Gläubige richtig ärgern kann. Und wenn man das vermeiden will, sollte man eben erst mal fragen, was es in einer bestimmten Religion denn für wichtige Personen gibt. Das können höchstens auch lebende Menschen sein, die dann oft religiöse Führer sind, etwa der Dalai Lama bei den tibetanischen Buddhisten oder bei den Katholiken, das ist die größte Strömung im Christentum, der schon erwähnte Papst in Rom. Der hat in allen religiösen Fragen für Katholiken das letzte Wort. Oder der Ayatollah bei den Schiiten im Iran. Ayatollah ist kein Name, sondern ein religiöser Titel, wie eben Papst oder Kardinal oder Bischof. Und die Schiiten sind eine der beiden großen Strömungen im Islam. Die andere sind die Sunniten. Und wenn der Ayatollah etwas sagt, dann ist das für schiitische Muslime besonders wichtig. Und damit kommen wir endlich zu der letzten der Fragen, die man stellen kann, wenn es um eine Religion geht. Ein wichtiger Bestandteil von Religionen sind nämlich auch ihre Organisationen. Organisationen bestehen aus Gruppen von Menschen, die nach festen Regeln zusammen handeln, um etwas in Gang zu halten und Ziele zu verwirklichen, die die Möglichkeiten des Einzelnen übersteigen. Normalerweise gibt es in Organisationen, etwa in Firmen, und auch in religiösen Organisationen sozusagen offizielle Mitgliedschaften. Da kann nicht jeder einfach rein, wie in eine Gruppe im Fahrstuhl. Da gibt es oft Aufnahmerituale oder Wissensprüfungen. Und innerhalb religiöser Organisationen gibt es Arbeitsteilung und Hierarchien. Nicht jeder macht da das Gleiche oder darf das Gleiche machen. Solche religiösen Organisationen sind dann zum Beispiel, was man die Gemeinde vor Ort nennt. Die haben einen festen Ort, wo sie sich treffen, etwa eine Kirche oder eine Moschee oder im Judentum eine Synagoge und da vollzieht man dann beispielsweise den jeweiligen Gottesdienst führt also bestimmte Rituale aus. Die Christen gehen zum Beispiel meistens sonntags dafür in die Kirche. Für Muslime ist das Freitagsgebet ähnlich wichtig. Und beides wird mehr oder weniger aufwendig organisiert. Und da gibt es dann wie gesagt eine Arbeitsteilung. Einer steht zum Beispiel vorne und liest aus dem jeweiligen Heiligen Buch vor. Ein anderer hält eine Predigt. Wieder ein anderer sammelt Spenden ein. Und es ist genau festgelegt, wer was macht und wie und wer was machen darf. Religiöse Gemeinden sind insofern ein bisschen wie Vereine. Und wie in Vereinen wird man da schon als Kind mit hingenommen und schaut erst mal nur zu und fängt dann erst langsam an die Rituale zu erlernen und mitzumachen. Das nennt man eine religiöse Sozialisation. Und manchmal bekommt man dann auch besondere Aufgaben. Bei den Mormonen zum Beispiel, das ist eine christliche Gemeinschaft aus den USA, aus Utah, da wird man in einem bestimmten Alter ins Ausland geschickt, um da den Glauben zu verbreiten. Man sieht, erfolgreiche Religionen, also solche, die es lange Zeit schon gibt und die auch viele Anhänger haben, haben fast immer Organisationen, die dazu beitragen, dass die Religion nicht ausstirbt. religiöse Organisationen können sehr groß sein. Die größte ist, vermute ich, die katholische Kirche und die umspannt die ganze Welt. Ihre Zentrale ist der Vatikanstaat in Rom und sie hat vom Aufbau her eher Ähnlichkeit mit einem riesigen internationalen Konzern als mit dem kleinen Fußballverein um die Ecke. Und religiöse Führer, von denen war ja gerade schon die Rede, sind oft, wenn sie noch leben, an der Spitze entsprechender religiöse Organisationen und haben entsprechend dann auch Macht und manchmal politischen Einfluss. Manchmal sind sie auch sogar direkt Politiker. wie besagter Ayatollah im Iran, der ist beides, religiöser und politischer Führer. Mohammed war das übrigens auch. Und manche Politiker versuchen sich mit religiösen Organisationen gutzustellen und umgekehrt. Wladimir Putin etwa und der oberste religiöse Führer der russisch orthodoxen Christen der Patriarch in Moskau. Die unterstützen sich seit einigen Jahren gegenseitig. Auch das zu wissen ist wichtig und ein Teil von Religion. Das war es fast für heute. Ich vermute, einigen von euch wird der eine oder andere Aspekt an Religion einfallen, den ich nicht erwähnt habe. Und der ihm oder ihr aber wichtig erscheint, könnt ihr gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin da gespannt drauf. und das hier ist bestimmt nicht das letzte Video, was ich zum Thema Religion machen werde. Bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen, liken und vielleicht sogar abonnieren, wenn es euch gefallen hat und bis bald.